Wir machen es halt so. So, und natürlich ist auch noch mit dabei der Sascha. Guten Tag. Sorry an meine Leute, aber bei mir wollte der OBS gerade nicht. Deswegen geht es halt erst jetzt los bei euch. Alles gut. Das heißt, die haben die Anmoderation nicht, oder? Doch, natürlich haben sie die Anmodi. Die wichtigen Leute haben sie. Also nicht mehr Sascha. Du hast mich als letztes genannt. Ja, genau. Deswegen haben sie dich auch nicht. Weißt du, da schneidet es. Das schneidet er so einfach raus. Nein, Sascha schickt ihm natürlich seine Folge und erzählt das davor. Ach so. Nein. Ah. No. Das hätte er auch nicht geschafft. Ich hätte es auch so nicht geschafft. Ja, liebe Leute, wir schauen heute ein bisschen zu. Ja, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, habe ich das Gefühl. Ja, das wird's. Jetzt lass mich mal kurz zählen. Aber eigentlich ist das hier wirklich der einzig schwierige Sprung. Eins, das sind, das sind, das sind vierer Sprungen direkt. Das sind drei weiter zwei schräg. Aber was ist hier? Klitterrennen. Wie ist das eigentlich für Mann? Springe ich weiter, wenn ich mehr Anlauf nehme? Oder ist das eigentlich schüssiger? Hintergrundmusik einbauen, wieso mache ich das eigentlich nicht? Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich habe einen Plan, wie ich das funktionieren könnte. Vielleicht schaffe ich das mal am nächsten Mal irgendwann. Ne, keine Ahnung. Wie der Lutschköppel. Jo, hast du nicht gesagt. Doch, Alter. Alter, Krischel! Du hast mich gehauen. Ja, aber da warst du nicht in so einen nervigen Sprung, Alter. Du hättest es eh nicht geschafft. Ja, was sagst du jetzt? Ja. Ich wollte sie ernsthaft zerschauen. Ja. Mit innerer Überzeugung, sage ich. Hey, Steve, wir haben es geschafft. Mal gucken, ob ich den Spruch dieses Mal hinkriege, weil bis jetzt habe ich ihn immer verkackt. Gut, leider. Ich glaube, ich bin von der unteren Stufe gesch... Also, ich bin die erste runtergelaufen und dann abgesprungen. Von hier oder was? Ich glaube, ja. Ein Tourisch müsstest du auch von ganz... Ne, ne. Von ganzem Busen. Ne, ne, ne. Stopp, ne. Ich habe nicht geholfen. Ach ja. Und dann hier rein. Genau. Und hier jetzt vorsichtig. Krischi, weißt du, was wir machen? Bleib mal stehen, bevor du springst. Nein! Och, Steve, wie? Du springst jetzt und ich booste dich, okay? Ja, okay. Bist du bereit? Ja, du, ich fahr schon hinter dir her. Ja. Nice, Saty. Ja, dann ist das Level schneller vorbei. Wieso will ich es mal so fahren, Mann? Die Sky ist... Sascha, von wo bist du jetzt gesprungen? Von hier? Steve, wie willst du... Warte, ich für die Orientierung? Ja, quasi so. Nicht jetzt schon boosten, du Mongo. Und dann... Sehr gut. Und hier drin ist auch fast Lassheit mit dünner Lasscham. Ja, stimmt genau. Da war ich letztes Mal richtig. Und da habe ich es verkackt. Du, 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 du. Ach, keine... Ach, scheiße. Jetzt muss ich hier in die Mitte springen, ne? Lü, 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 lü. Na komm her! Pass auf, du musst da durch die... Da kommt er! Ja... Da unten rechts in die Ecke. Da rein. Glaube ich. Also ich finde es, als Habs das Auszeit einfach nicht mehr gesehen, aber ich glaube... Oh, du Fichser! Ach, da... Fuck nicht gleich hier mit Slashkill und so. Ich wusste, Stevie stand da rum und wollte mich runterschlagen. Ja, hier ist doch... Mir wäre nichts anderes übrig geblieben. Äh, warte, was? Ja, da bist du nach oben geboostet. Ach, verdammt. Ach so, äh, Klischung muss erst mal hier rüber. Hier. Oh, Leute, muss auch das Ding rauf. Jetzt kriegst du die Schwung in meinen Händen, Mann! Sorry, Stevie. Aber du hast es selber verkackt. Was? Ah. Der Typ ist heute aber auch auf Tollen ausgelegt, Alter. Und jetzt hier rauf? Der gewassensvoll hat mich gekelnt, also bitte. Ja, du warst aber eh nicht drüber. Nee, ja, warte. Nee, oder? Hier drüber, oder? Nee, ich glaube tatsächlich hier rauf. Ich hab was versucht, aber ich bin nicht gesprungen. Echt? Dann hier hoch. Wäre das was nützen? Wahrscheinlich nicht. Mann, wieso gewillt? Warum ist der Sprung denn auch so beschissen, Alter? Boah, Junge. Ich hab Panik, weil ich das jetzt verkacke. Hier komm ich nie wieder hin. Ja, ich wusste es. Oh nein, Krischi, nicht dein Ernst. Das ist ärgerlich. Oh nein, Krischi. Das ist gar nicht so easy. Hilfst du mir dann dieses Mal? Ja, mach ich. Mach ich. Oh, das ist voll nett von dir. Ich wollte dich eigentlich der Fall. Ich wollte dich auch schon ein- Und jeweils immer einen mitgeben. Ach nein. Dass ihr den Anfang besser schafft. Jo. Lass es dir. Nein! Bereit? Los. Du musst auch hin. Gute Arbeit. Professionell. Sehr professionell. Wir machen das nochmal. Wir machen das nochmal. Okay. Bei mir ist ja alles mit Erfolgsgarantie. Ja, Gell. Bist du bereit? Ja, los. Okay. Du musst zuerst laufen. Ja, okay. Du musst bereit sein, er ist dir. Ja, bist du bereit sein. Du musst euch noch, er wird bereit sein, Mann. Ich weiß eigentlich übrigens nicht, was ihr für ein Problem habt. Ich finde den Sprung immer noch nicht so, sondern ich spüre. Halt doch die Klappe. Also, bist du bereit? Und los. Jawohl. Endlich. Fast so weit gauen, ey. Ach mann. Ich warte hier gleich, ey, bis ihr durch seid, ey. Ich bin von der unteren Stufe gesprungen. Ja, das hat bei mir auch geklappt. Von der oberen habe ich es nicht geschafft. Und da drin musste ich gleich aufpassen, da sind halt nur dünne Glasscheiben drin. Aber ich habe nach oben einen Platz, oder wie? Oh, alles klar. Stevie? Nevermind. Moment. Krishy, du bist auch wieder dran. Ja, ja, ich helfe dir wieder. Der ist eh gerade weg. Ich kriege diesen Scheiß. Dann los. Fuck, sprung nicht hin. Na, schade. Ich habe dich leider nicht von unten schlagen können. Ja, das ist gut. Abspringen soll das schon, Stevie. Ich habe die leer, das hast du getrunken. So, jetzt. Und los. Jo. Nice. Du unfair. Ich habe euch angeboten, dass ich euch alle booste. Freutet ihr nicht. Ne, ist auch dumm. Waddeskreis bist du hier dran. Hast du es auch wieder nicht geschafft? Ich bin hier miteinander. Warte, das klingt verkehrt. Egal. Wir haben das. Ja, Sascha, ist so nett. Geheimdiensteilz. Ach, warum? Jo, du hast mich voll auf Stevie drauf geprügelt. Geheimdiensteilz. Nochmal. So, Stevie, warte. Du bist der Nächste. Okay, ich bin ready. Und los. Das war aber sehr schade. Nochmal. Wie war das mit hundertprozentiger Ausführung oder was hast du ihn gesagt? Erfolgsgarantie. Achso. Los, wir haben ja nur so lange, bis es klappt. Ja, jetzt. Oh Gott. Und los. Stevie, bitte hau'n. Jo, jo. So, Stevie, warte, ich komme. Mann. Vielleicht ist das gar nicht mehr so die dumm. Dieses Level, das ist so fies. Warum bin ich da auch nicht vollgekommen? Was denn? Der Hopf vorm Hopf. Ja, das habe ich schon die ganze Zeit versucht, aber das habe ich auch nicht geschafft. So, Stevie, komm her. Warte. Ja. Oder er will nicht. Okay. Ach, war. Bin doch klar! Ja, ich bin gesprungen, ey. Warte. Nein, du musst du. Kann ich direkt auf den drauf? Ich würde, glaube ich, auf den hier springen. Komm her, komm her. Bereit? Ja, wer weiß, ob du es hinkriegst. Du musst auf den richtig springen, ey, wenn du das gerade drauf hinkriegst. Bitte? Oh, von dieser Kante auch das Ding drauf. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ich habe es in Kanzkritik nur im Schnellen gesagt, ich habe in die umgeguckt. Okay, nice. Ach, Chrisel! Hier hoch. Ich habe dich da voll getroffen. Was machst du denn? Jop, da hoch und dann hier rein. So, einmal noch. Komm her, komm, komm. Meine Erfolgsgarantie. Und los. Ja, ich soll in vorn auf den Sobscheid sagen wollen. Ich glaube, er ist drüben. So, genau. Dann aufs Dach darauf. Hier, auf die Kante drauf. Oh, wo bist du? Uhuhu. Sorry. Und dann sprit der nicht. Bin ich an so einer fucking Scheibe hängen geblieben, obwohl ich diesmal bei der mittleren Scheibe war. Ach, Spiel. Oh. Der kann man aber warten. Glaube, jetzt. Das war mein Schild. Alles gut, kein Ding. Heißt, ich halte die fucker hauen. Ja, es ist ein langes Level. Ja, gut. Bye, bye. Oh nein. Ja, passt. Ist er da, wo ich runtergefallen bin? Nee, er war schon eine Ebene höher. Okay. Ist das der richtige Sprung? Ich glaube nicht. Man sollte auch abspringen. Bring einfach nicht schräg genug, ey. Was springst du denn dann auch mal an? Aber ja, der Sprung geht hier auf jeden Fall. Alter. Du bist wirklich von hier? Ja, ich hab's geschafft da auf jeden Fall. Ich muss bitte. Ah, verdammt. Diesmal bin ich ganz offen. Oh nein. Scheiße. Ja, das Problem ist halt... Okay. Das Problem war halt, dass ich wahrscheinlich zu früh in den Ding, in den Starve Mode gegangen bin. Was kann sein? Ach, schade. Okay, komm. Wenn wir hier schon festhängen, talken wir jetzt mal richtig. Was sagt ihr zum Abfall? Warum springst du denn nicht? Was spielst du? Was sagt ihr zum Absturz der SPD in beiden Landtagswahlen? Ist der Schulz-Train abgefahren? Dann fucking ernst. Ich merk schon nicht so die Politik begeistert in dem. Doch, eigentlich schon, aber... Fuck. Oh, doch, Leute. Aber nicht in Richtung Ding. Ja, ja, komm, sei ruhig, ich mach das jetzt. Alles klar. Nein, dann erzähl weiter. War nütz. Was, Mann, was haltet ihr davon nach diesem Part? Hör mal den Level auf. Nein, ich mach das jetzt. Oh, dann guck ich, ich lutschern zu, wie er das nicht schenkt. Alter, kriegst ja die größte Fresse und krieg nichts gebacken. Also ich wollte ja mal sagen, ich bin schon eine... Zwei... Zwei Stufen höher gewesen, hast du. Und was hat ihr das gebracht? Was ist denn für ein Ungekommen, ey? Weißt du, die größte, desto tiefer fallen sie... Oh, 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 oh. Desto tiefer fallen sie. Hat er seine Fresse aufgerissen und ist runtergefallen. So ungefähr. Ich komm da nicht drauf. Wo ist er denn? Ja, er ist jetzt hier oben. Oh, ich sprang wieder. Oh, verzeih, der ist gar nicht so schlimm. Stevi, ich glaub mit dem Doppelsprung funktioniert das sogar wirklich, glaub ich. Und dann hier rein. Das hab ich auch schon x Millionen Mal versucht und das hat sich gelappt. Oh, ja gut, wenn man natürlich den Doppelsprung hinkriegt, dann durfte das funktionieren sogar fast. Ja, ich hab einen Doppelsprung gemacht und bin trotzdem hier gelandet. Hier laufst du hin. Gut aus. Moment. Hier hin. Hast du okay? Ja. Dann halt so ein paar ecken Sprünge nach oben. Okay. Huttili. Huttili. Hier auf dir. Hier. Ja, genau. Und dann springt er wieder nicht. Du weißt, dass du einfach da hoch. Hier auf. Einfach hoch springen kannst du das TV. Du kannst einfach wieder rüber springen. Wenn er nicht springt und ich nach oben fahre, bringt das gar nichts. Guck, du kannst hier wieder rüber. Ich weiß. Aber zwischendurch meint er bei mir nicht zu springen. Bye-bye, Krischi. Hey! Wo ist Krischi eigentlich? Er ist oben, er schafft es gerade. Hier oben rauf. Dann hier rauf. Jetzt fall. Nein. Da rauf. Und hier aufs Dach. Oh Gott. Aber warum springt der denn manchmal nicht? Hier rüber. Den fände ich schon fast assiger. Und hier bist du gesprungen? Ich bin vom Montesten gesprungen. Allerdings habe ich auch den Sprint mitgenommen. Dann springt er wieder nicht. Ich muss diese Tastatur mal echt abchecken. Irgendwas an der Leertaste kaputt ist oder so. Alter, ich checke jetzt richtig hart die Tastatur ab. Ja, gut. Jetzt nochmal ein etwas assigerer Sprung. Was zum... Bist du von hier gesprungen oder von da? Alter, das ist eine Woche her. Ich weiß es nicht mehr. Okay, dann treffe ich jetzt eine Entscheidung. Ich spring von hier. Ich würde von unten springen. Okay. Ich spring von hier. Ich habe mich oben gesprungen. So, dann nehme ich den oder den. Das würde ich von unten gesprungen. Ich weiß es nicht. Lass doch das nochmal. Ist Krischi jetzt durch. Nein. Oh lol. Ist das möglich? Was? Warte mal. Was ist möglich? Und jetzt einfach auf den Slime-Block... Oh nein, nicht Slime-Block. Einfach runterspringen und nicht die Leertaste drücken. Alter, leck mich da rum. Vielleicht lesen wir tot. Das habe ich übrigens letzte Woche einmal verkackt. Genau, davor habe ich Angst. Jawohl! Alles klar, easy going. Ach maaaannn. Danke. Gut job, Krischi. Vielleicht darf ich ja noch ein Lutsch hat. So Sascha, next trial. Äh, wo bist du? Ah, hier. Was? Oh, aber... Was? Wieso habe ich nicht... Och, big dick, du scheiß Spiel. Oh, alles safe. Alles gut. Das ist der absolute Möll. Das geht? Oh no. Easy, Alter. Easy game, easy live. Alles klar, hätte man sich die letzten zwei Folgen schenken. Oh. Seid echt sogar mal nicht so inkompetent. Das lässt du dir ja nicht komplett zum Verzweifeln bringen. Ja, nee, 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 nee. Das lässt du schön Stevie ausprobieren. Das lässt du schön Stevie ausprobieren. Ich bin nicht der Einzige sein, der es nicht schafft. Nö, wenn er mich die ganze Zeit schlägt, darf er das schöner leider ausprobieren. Das ist ja nicht so, als ob er mir nicht schon fünfmal ungefähr beim Laufen zusehen hätte können, aber... Das ist schon eine recht hohe Erfolgsgeräusche seitdem. Ja. So ziemlich 100 Prozent. Also ich habe jetzt das nur zweimal, glaube ich, verkackt. Kann man diesen Block nicht vielleicht abreißen oder so? Es geht alles, Stevie. Alles ist möglich, Toyota. Das heißt, nichts ist unmöglich. Nicht alles ist möglich. Wow, macht das so einen großen Unterschied? Ja. Boost me up, Scotty. Ah, the madman, hey. Ja, es ist nervig, wenn man den Anfang nicht hinkriegt. Ich meine doch gar nicht dich. Oder außerdem heißt mad verrückt. Mir doch egal. Was willst du sagen, das madmagazin heißt also verrücktes Magazin? Hey, Krishi. Ich sehe dich. Lass den Scheiß. Lass den Scheiß, Krishi. Jetzt mach weiter Scroll, Mensch. Er checkt es nicht. Krishi, hast du es geschafft? Ja. Respekt. Oh nein, wieder mein Name ist es. Der ist nicht so schwer. Ja, diesmal habe ich es auch geschafft. Das war nur, weil ich letztes Mal den Shift-Block zu früh gedrückte. Den Shift-Block. Gott, man darf es auch nicht machen. Goh, bist du langsam mal fertig? Woher läufst du da drauf? Stevie. Oh. Oh, Scroll hat er. Stevie. Ich gucke ihm Scroll zu und hoffe, dass er es jetzt endlich schafft. Komm mal her. Alter. Ey, Krishi, du bist echt ein Monk, ey. Ganz ehrlich. Nein! Noch Scroll! Nein! Egal. Ich weiß nur, wie es geht. Stevie, soll ich es dir mal zeigen? Wenn du diesen einen Weg meinst, ist es ja nicht so, als hätte ich das nicht schon die ganze Zeit gemacht. Ja, ist halt echt so. Da probierst du auch noch so. Vor allem bei mir hat das beim ersten Mal direkt geklappt, als ich das gerade getestet habe. Ja, es ist halt, es funktioniert halt auch. Aber da ist halt niemand vorher drauf gekommen. Das ist halt echt easy. Das ist halt EZ. Ja, gut, dann versuche ich es mal auch so. Ja, gut, wenn du mir einen Weg umlässt, dann siehst du nichts. Ja. Stevie. Genau, die Leertaste, der springt nicht. Ich habe echt die Befürchtung, dass meine Leertaste etwas defekt ist. Die Befürchtung habe ich auch, Stevie. Oh, okay. Oh, ich bin gerade echt inkompetent, ey. Oh, was Neues! Oh, die habe ich immer verkackt. Jetzt kannst du es noch häufiger probieren. Ich habe da echt mit Shift gearbeitet. Nein! Jetzt bin ich weitergekommen und bin wieder runtergefallen. Habt ihr das ja eigentlich mit Rennen gemacht? Oh. Das liegt mir auf dem Senkelso. Jetzt habe ich nichts mehr im Inventar. Ich habe eigentlich alles mit Rennen gemacht und dann immer Shift gedrückt. Ja, ich meine jetzt hier gerade den Sprung hier, ob man den auch aus dem Stand schaffen kann. Kannst du mal versuchen, aber das dürfte nicht klappen. Aber ich bin gerannt. Oh, ne, es funktioniert auch. Es funktioniert auch aus dem Stand. Ja, aber das ist doch nicht! Also, natürlich aus dem Stand. Sogar das ist ja die Methode verkackig. Ja, geil! Sascha. Hä? Finden wir einen Alternativtermin zu diesem Sonntag? Alternativtermin zu dem Sonntag? Äh, was meinst du jetzt gerade? Wollten wir uns diesen Sonntag treffen oder nächsten? Ja, wollten wir uns diesen Sonntag zum weiterzocken treffen. Fick dich doch! Fick, genau. Können wir das verschieben? Wollte nicht. Okay, wir müssen das verschieben. Sagen wir's doch. Ja, warum so warm? Warum denn? Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, es aufzuwollen. So, Scroll, du machst das jetzt. Komm. Ja, warte mal, ich muss mal meine Maus schnell wieder richtig auf die... Aufs Mauspeststern. Ich muss ein bisschen im Garten helfen. Och, ich hasse es. Ich verkack' immer bei den Glasscheiben. Jedes Mal. Ja, aber wir müssen mal gucken. Dann werde ich das Spiel wohl doch irgendwie ein bisschen zusammenräumen oder sowas. Ja. Oh wow. Welches Spiel? Dark Souls-Brett-Spiel. Achso. Du hast jetzt extra eine Woche so stehen lassen, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir dieses Wochenende weiterspielen. Das ist auch geil, ey. Dark Souls-2. Ich habe gehört, dass wir das... War ich am überlegen, aber... So, let's play... So, let's play is in real life. War wir tatsächlich am überlegen, aber ich würde sagen, man sollte vorher ein, zwei Runden spielen, damit man überhaupt weiß, wie das Spiel geht. Weil wir saßen da... Krischi hatte mich gefragt, so... Weiß nicht, dann saßen wir erst mal zwei Stunden und haben die Bedienungsanleitung durchgeblättert. Zwei Stunden hast du dafür gebraucht. Ja, aber das Spiel ist halt auch mega kompliziert. Das ist mega kompliziert. Ach, wieso verkack ich denn immer bei den Glasscheiben? Also ich habe es von dem rechts von dir gemacht. Auch auf den rechten Block? Warte. Ja, sehr gut. Und jetzt einfach auf den Slime-Block droppen lassen und nicht Leertaste dabei drücken. Und die Leertaste, Squall. Oh mein Gott. Dann soll das auch weit genug sprengen. Hä, warte mal, war das jetzt nicht wieder? Nee. Nee, nee, du musst... Fuck you! Nee, pass auf. Sogar die einfache Variante mit dem Hochspringen verkack ich... ...zwei, dreimal hintereinander, bis ich es hinbekomme. Oh. Bye-bye. Und tschüss. Gut, und du darfst es. Ja, das war eine wunderschöne Folge Minecraft mit den Leuten hier. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ja.